hallo hallöchen wir spielen wieder matwana spin tires auf der playstation 4 auf der karte küste und das letzte mal zum sägewerk gefahren haben da ein bisschen holz geliefert die hälfte haben wir jetzt da jetzt möchten wir natürlich noch die andere hälfte gerne fahren jetzt muss mal schauen ob das der richtige lkw ist jawohl jetzt fahren wir eigentlich mit dem monster hier ein bisschen was größeres größeres geschützt aber auch das sollte gehen sollte eigentlich besser gehen wie der andere letztes mal der hat hier ein bisschen mehr grip kann natürlich aber auch sein damit ist alles in die bürohose geht okay wenn wir allrad rein machen dann fährt er hier einfach um jawohl kleine äste und so machen auch nichts die nehmen wir einfach mit okay baumstämme machen denn doch was so wir werden jetzt mal noch okay na das geht ja gut los jetzt habe ich das ding hier noch so gelobt damit er überall durchkommt und jetzt haben wir schon das erste problem hier sind ungefähr zehn meter gefahren so mal hier das ganze karriere nach hinten schieben jawohl schaut wie der auspuff wackelt wahnsinn schön so muss sein da biegt sich das ganze chassis hier die ganze konstruktion super so der k 700 damit haben wir es aufgeladen das ging tipptopp wusste gar nicht damit der sowas kann aber das haben wir ja weiß nicht bei welche folge das war haben wir das ja gesehen wie wir das da aufladen so der fährt hier ein bisschen bisschen zügiger durch hätte ich gemeint wie der andere wie sein vorgänger der hier den weg auf sich genommen hat also die letzte fuhr wenn alles gut geht zum sägewerk dann können wir die karte küste verlassen so treibstoff ist noch voll jetzt sehe ich gerade ein bisschen schaden hat er genommen wieso denn das naja wird schon gut gehen so wenn wir hier in so einer teil sitzen da siehst du wirklich nicht so viel da musste dafür erst ein bisschen nach gehör glaube ich jetzt ist der weg schon irgendwie viel aufgeweicht da oder habe ich bloß das gefühl wieso kommt mir das vor als ob es mit denen schwerer geht meine güte wir sinken immer weiter ein nee 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 das wollen wir nicht warte mal ich versuche noch mal ein stück zurück zu setzen jetzt hänge ich da wirklich fest die räder hinten sind schon fast nicht mehr zu sehen so kann ich mich da irgendwie raus winden oder so raus winden kann ich mich mit der wind aber so wird es glaube ich nichts wir stecken da einfach fest okay das könnte gehen okay jetzt muss ich wirklich noch bei den lkw wo ich gedacht habe das wird am einfachsten mit denen schon die winde einsetzen na das kann ja noch was werden hier ja 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 jetzt schon kommen wir durch heute schwimmt ja wir können eigentlich gar nicht untergehen mit den lkw wenn wir holztransporter da meine güte mit denen habe ich auch bloß ärger ja das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht hier oh 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 ich glaube ich muss schon wieder die winde einsetzen winde anbringen oh mein gott ich dachte der läuft hier richtig gut aber das kannst du gerade vergessen der andere ist hier viel besser durchgekommen dachte hier mit den breiteren rädern hatten wir das letzte mal viel bessere erfahrung aber oh ha fuck is this fuck is this so wo müssen wir jetzt durch da uns ich glaube es ist einfach weil der weg mehr aufgeweicht ist weil wir schon so viel weil schon so viel hier durchgefahren sind erst der jeep dann der andere lkw und jetzt sich mit dem ich glaube ich hängt schon wieder fest boah wo ist denn das rad hin das ist ja unglaublich ich denke hier nur noch fest mit dem teil also die machen wir das hier zum schluss wirklich richtig richtig schwer jetzt schaffst du dich mal mehr die winde hallo was ist denn da los so geht das nicht ich glaube ich weiß nicht ob der baum das aushält ich ziemlich mal hier rüber ok der baum ist hin meine güte warum geht denn das hier nicht und stecke ich hier zehn meter vorm ziel fest 9 ok den baum haben wir auch gefällt winde anbringen jetzt aber auch noch den falschen gang drin da passiert irgendwie gar nichts meine güte wie solchen das jetzt hier machen das war die letzte ladung hier wir sind gleich da wir stehen wir stehen genau da 20 meter vom sägewerk weg ok wir versuchen den mal da rauszuziehen irgendwie vielleicht schaffen wir es ja der muss ja gleich mal hier in der nähe sein dahinten brennt ja schon das licht nein das ist vom sägewerk verdammt ok mein fehler aber der muss hier irgendwo sein weit kann er nicht sein oder was die ganze zeit ging es gut und jetzt die letzten meter geht es denn nicht mehr so da hinten steht da festgefahren voll beladen und ich krieg nicht mehr raus da ok ok winde ok mein fehler vorwärts gibt auch gas ja ja kein millimeter habe ich das gefühl es geht kein millimeter raus hier ja 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 Komm schon Es wird einmal nichts Meine Fresse, was soll ich jetzt noch machen? Es will einfach nicht gelingen Ähm Und den anderen schon gar nicht mehr weg Na das ist ja schon mal sehr gut Komm schon Meine Güte Jetzt muss ich selber noch eine Winde raus machen Um den Lkw Der den anderen Lkw retten sollte Zu retten Okay Winde lösen Wir versuchen es noch anders Wir werden jetzt mal uns hinter den setzen Und schauen ob wir den dann rückwärts ziehen können Und schauen ob wir den Lkw Okay, vielleicht muss ich erstmal den irgendwie richtig hinstellen, damit ich da irgendeine Chance habe, irgendwas zu ziehen. Ich fahre mich mit denen auch noch fest, ich sehe es schon kommen. Hey. Ja, okay, ich versuche es mal von hier, ist da auch noch bald der Treibstoff alle, Mann. Okay. 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 Ja. es bewegt sie auf jeden fall was langsam weiß gar nicht bin ich da am so noch mal rückwärts ja also ich versuche jetzt noch mal den anderen track einzusteigen ok wir machen es gleich mit winde ich könnte natürlich auch entladen ja und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt lösen wir machen die winde gerade woanders ran damit wir da uns durchkämpfen können genau da wir noch gut es ist ja nicht mehr so weit aber vielleicht schaffen wir es doch noch oh mein gott wo sind die hinterräder sind einfach weg ist das aufgeweicht hier das ist ja okay wir werden die winde wieder weit nach vorne anbringen wo sie jetzt da oben winde vor die hinterräder kommen gar nicht aus dem boden raus sind so tief eingesunken hier wahrscheinlich kommen wir auch gar nicht ohne jetzt kommen sie langsam raus jawohl moment jetzt müssen wir die winde wieder woanders anbringen also jetzt hat die ganze ganze geschichte doch noch gelohnt mit den anderen traktor und so abzuquälen so jetzt schauen wir mal ob wir aus eigener kraft da ja noch fahren können bis zum sägewerk oh mein gott also das letzte stück war am schlimmsten die letzten 100 meter sage ich mal hei ein hei 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 ok wir entlahmen das und somit ist die küste abgeschlossen genau und ja wir werden dann irgendwann andere karte machen und jetzt wird eigentlich als nächstes als let's play wahrscheinlich goldrash kommen um dieselbe zeit einfach morgen okay ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut bis dann dann